Hey Freunde der Sonne-Undich, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trinago. Ich mache gerade Physik an. Das ist immer so eine zufällige Playlist und es kommt ungefähr das coolste Lied auf. Auf ganz Epidemic Sound. Das macht mich jedes Mal glücklich. Es macht mich jedes Mal glücklich. Es gibt auch einen Grund glücklich zu sein. Ich habe gestern vergessen, Pupas zweite Fähigkeit in der Aufnahme zu machen. Direkt nach der Aufnahme drücke ich drauf und das bekomme ich. Bäm. Wie heißt das? Superzauber oder Zauber. Superzauber. Grüße gehen raus an dich. Ich habe es geschafft. Die erste SS-Fähigkeit, die zweite SS-Fähigkeit, aber seit langer Zeit halten wir wieder eine SS-Fähigkeit. Zweite SS-Fähigkeit. Das heißt, Viridium steht aktuell an. Jetzt kümmern wir uns gleich drum, sonst vergesse ich das wieder. So, SS, go fight. Schade. Aber Opfands 1. Wir heilen das Herz 2. Okay. Lassen wir es erstmal so. Schade. Wäre schon schön gekommen, wenn es gekommen wäre. Naja, was gibt es noch zu sagen? Ich bin jetzt bei der Champions Liga endlich wieder über 1000 Punkte. Danke dir. So, das sind die zwei Sachen, die ich kurz erwähnen wollte, die mich sehr glücklich machen. Ich würde sagen, wir machen heute nochmal Wunschstern. Habe das wieder Events bis ins Binpfand, bis hier für Durchbruchskarten. Das kann man stecken lassen. Ich meine, das kann man zohlen. Klar ist auch 18 Uhr. Energie holen wir uns gleich. Heute aufladen ist kein Nidoquim. Sonst was wäre es. Alles eh wieder. Zehnerziehung, Terrakium. Naja, nicht wirklich. Danke. Ich kann nichts mehr machen. Ich wünsche mir Event für Kombinationskarten, damit ich Superbahngefäß Monster machen kann. Eventuell du es da, aber ich denke nicht. Und natürlich für Kampfgeist etc. Aber dazu muss es erstmal kommen. So lange machen wir hier den netten Wunschstern. Ich habe auch ein bisschen aufgeräumt. Haben jetzt im Rucksack noch 74. Also wir können eigentlich durchklicken, ohne dass irgendwas passiert. Wir hoffen auf Lila. Wir hoffen auf Orange. Erhöht die eigenen Psychoattacken. Sind erstmal nicht schlecht. Sofort recyceln. Weiter geht's. Komm, wenigstens ein Orange. Letztens hat man schon nicht Orange. Aber hier bekommen wir nochmal Spezialangriff Lila. Eieieiei. Irgendwas Orange, das wird wohl immer dabei sein. Das macht teilweise echt aggressiv, wenn man nichts Oranges bekommt. Das ärgert auch. Man sieht immer bei anderen, wie die Orangene Sachen bekommen. Ist halt doof. Aber so geht es uns wenigstens allen gleich. Flug braucht man tatsächlich gar nicht. Haben wir einmal in Orange. Und ich glaube nicht, dass ich alle vier Posten mit den Flug-Pokémon besetze. Davon gehe ich gar nicht aus. Mal auch nicht. Sieht nach einer fixen Nullrunde aus. Wenigstens ein bisschen was Lila. Ist aber auch nicht so klasse. Nö. Oh, oh. Wie gesagt, ist nicht voll. Sind 110 Plätze. Ist einfach so dumm. So dumm ist das? Come on. Wir haben wirklich nachher nichts bekommen. Wir können jetzt trotzdem mal reingucken, ob wir irgendwo was verbessern können. Aber ich glaube, hier sollt wenigstens... Ist ich auch Angst. Ich kann mal nur bei Gigantina gucken, ob wir da ein bisschen was verbessern können. Ich glaube, ich habe ehrlich gesagt auch nicht drin. Ah. Hat uns also nichts gebracht. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. What's in a man? Was steht denn hier so an? Aktuell Platz 62. Hat einer Schlinking. Sauerhaha. Der hat jetzt auch einen Hooper. Ist geentwickelt. Okay. Zyklop B. Boah. 4 schon hier. Radierer. Rafi G4. Lupo. Lupo. Ecstasy. Ja, gut. Die ersten zwei könnten wir vielleicht schaffen. Einige von der dritten, wenn wir so weit kommen sollten. Aber ich glaube nicht dran. I don't believe it. Chesto. Was? Haben wir das falsche Team drin? Nee. Cool. Wir machen mal einen anderen Supporter rein. Einfach mal von rechts an. Natürlich machbar, dass solche Leute trotzdem stärker sind als wir. Gar keine Frage. Erstens Autokampf. Zweitens. Sehr gute Pokémon. Gut trainiert. Können auch ein sehr sehr gutes Pokémon zerstören. Ist einfach so. Hooper soll ja auch nicht die Macht für alles sein. Ist ja richtig. Guck mal dann gleich mal Sauer. Huuu. 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 Wir spielen gerade gegen The Diage, als hätten wir gerade gegen genau das gleiche Team gespielt. Klar, Rayquaza skaliert mega gut, Maschetto, nicht so sehr muss viel reingesteckt werden. Ist aber auch relativ möglich, dass man gerade weil es gut in der Meta reinpasst, steckt man gerne viel rein, deswegen ist es nochmal schnell Platz 1. Rayquaza sowieso und Quarantina auch. Einfach hohe Basics Stats. Dann geht's die Klub. Diese kommen wir doch in Stage 3, sehr schön. Warum freue ich mich drüber? Je weiter man kommt, desto mehr Belohnungen bekommt man und mehr Belohnungen freue ich mich grundsätzlich. Fangen wir mit Radierer an, dann könnten wir vielleicht sogar so bekommen. Genesect, was was noch? Ich weiß es nicht. Rayquaza und Ivetal. Aber im normalen Spiel, Allianzversammlungen nur wenn wir richtig stehen und Allianzversammlungen haben wir gar keine Schnitte. Aber World Tournament ist ein World Tournament. Auch heute früh, Allianzversammlungen hat mich schon wieder so abgefuckt. Ich habe drei Spiele gemacht, zwei wurden gezählt, alle drei verloren. Und nach einem 1 gegen Radierer, weil er extrem geschickt stand oder glücklich. Ist jetzt, naja, naja. Auch gewonnen? 8,9 Millionen Kraft, das ist ein 2,2 Millionen Kraftunterschied. Stark. 9,2 wird dann schon ein bisschen mehr als eng. Okay Fatim, da brauchen wir fast nahezu nicht anfangen. Das können wir nur mal mit Mio2 probieren. Wir brauchen mal Shadow definitiv, damit der Buff geklaut wird, aber ich glaube da nicht dran. Wir reden hier von 9,2 Millionen. Der hat eine Hälfte von uns ungefähr nochmal oben drauf. Ungefähr, nehmt es mir wirklich. Oh, null Schaden. Okay, sehe ich ein, dass ich nicht gewinne. Ich habe hier gerade einen extrem nervigen Seitennagel, den muss ich jetzt auch wegmachen. Deswegen beende ich die Folge, bevor ich mir wieder den gesamten Finger aufreiße. Ich mache noch fix die Belohnungen. Es gibt eine blaue Kette und es gibt ein blaues Kleid. Sachen, die ich mir schon immer gewünscht habe. Danke. Und danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschö mit Öl. Tschö mit Öl.